Hallo, ich begrüße euch zur Tagesbotschaft für den 16. Juni 2022. Heute, oh, da haben wir die Zwillingsflamme. Entweder wirst du heute mit deiner Zwillingsflamme Kontakt haben oder du lernst hier deine Zwillingsflamme kennen. Heute scheint ein Tag der Liebe zu sein. Wie gesagt, vielleicht meldet sich auch deine Zwillingsflamme oder du sollst hier einfach die Botschaft bekommen, dass du demnächst mit deiner Zwillingsflamme zu tun haben wirst. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss!